Ich habe vor ungefähr 8 Monaten schon mal ein Video hochgeladen über diese Säge und habe die Säge stark kritisiert. Komplett falsch. Alles was ich gesagt habe war falsch in dem Video. Ich blende euch kurz die Ausschnitte ein von dem alten Video. Was halt wirklich auch ein riesen Problem an der Säge ist, das Sägeblatt klappt Richtung Parallelanschlag. Normalerweise klappt ein Sägeblatt in die andere Richtung. Man sägt voll das rein. Wie soll man da was durchschieben? Warum klappt es bei Metabo Richtung Parallelanschlag? Es gibt eigentlich gar keinen Sinn. Warum macht man Notausschalter auf diese Seite? Wie soll man da unten dann mit der linken Hand im Notfall hinkommen? Der Notaus gehört eigentlich hierher. Jetzt kommen wir zur Spanhaube. Finde ich sehr schade, dass keine Absaugung obendran ist. Warum muss man was nachbestellen, wenn es eigentlich der Vorgänger das Vorgängermodell schon hatte? Viele von euch möchten ja eine Oberfräse, eine Tischfräse einbauen in so eine Tischkreissäge. Das ist hier bedingt möglich. Ich würde behaupten, gar nicht möglich. Ja, ihr seht schon, die Säge hat Vor- und Nachteile. Meiner Ansicht nach mehr Nachteile. Ich habe die Maschine gekauft, ich behalte sie auch. Ich bereue aber, dass ich sie gekauft habe, muss ich ehrlich sagen. Weil es gibt Dinge, die einfach nicht gehen. In meinem ersten Video habt ihr ja gesehen, dass ich das so zeige, wenn man quasi das Sägeblatt neigt. Ich mache für euch die Spanhaube mal weg. Und natürlich sägt man, wenn man so arbeitet, voll in den Parallelanschlag. Aber so arbeitet man natürlich nicht mit dieser Säge. Das ist ganz klar. Ihr nehmt hier diesen L-Anschlag raus. Und baut ihn wieder so ein. Somit kann man hier logischerweise auch ganz kleine Leisten sägen. Komplett ohne Probleme. Man kann das L hier anlegen, den L-Anschlag, und kann hier präzise sägen. Es gibt aber auch eine zweite Möglichkeit, den Parallelanschlag an dieser Säge zu verwenden. Und zwar seht ihr schon, auf der anderen Seite der Säge kann man den Anschlag natürlich auch montieren. Und diese Schiene zieht ihr ein bisschen zurück. Somit verhindert ihr hinten ein Verklemmen des Materials. Und somit die Kickback-Gefahr wird dann somit natürlich minimiert. Ihr könnt aber auch den Parallelanschlag leicht herziehen, minimal herziehen und dann festspannen. Dann ist nämlich hier hinten die Fläche weiter. Das kann man messen, das kann man alles messen, dass man hinten minimal Papierstärke, reicht da schon, weiter aufgeht mit dem Parallelanschlag. Somit verkeilt da auch nichts, weil ein Parallelanschlag geht ja eigentlich immer weg vom Sägeblatt. Auf der Seite geht er natürlich nach rechts und auf der Seite sollte er nach links gehen. Wenn ihr also ganz leicht hier zieht, bevor ihr das festspannt, könnt ihr den Parallelanschlag tatsächlich auch auf der Seite verwenden. Gar kein Problem. Allerdings kann ich davon dennoch abraten, weil auf der Seite wird es eigentlich nicht verwendet. Aber in den Kommentaren habt ihr trotzdem recht gehabt, bei dem vorigen Video. Natürlich kann man da so arbeiten. Wenn ihr dieses L auch so einbaut, dass das Werkstück hinten nicht verkeilen kann, das Werkstück, wenn man es hier durchschiebt, leicht hier öffnen, anspannen, dann ist man ganz minimal hier hinten breiter. Es funktioniert auf jeden Fall. Man kann das machen, aber empfehlen würde ich es trotzdem nicht, weil man verwendet natürlich diesen Parallelanschlag auf der Seite. Da hat man auch die Maßeinheit. Logischerweise arbeitet man nur auf dieser Seite. Aber nochmal zum Thema, warum neigt denn das Sägeblatt jetzt überhaupt zum Parallelanschlag? Warum hat das Metabo so entwickelt? Der Grund ist sehr einfach. Bei dieser Trolley-Säge ist es zwar nicht gedacht, dass man hier diesen Schiebeschlitten anschaut. Bei der Metabo 254M, die M-Version, das ist das kleinere Modell. Da habe ich auch Humbug erzählt im ersten Video, habe ich gesagt, es ist baugleich. Nein, es ist nicht baugleich, es ist ein kleineres Modell, es ist ein bisschen anders aufgebaut. Es ist ähnlich als diese Säge. Natürlich, das ist das größere Modell und die M ist das kleinere Modell, natürlich ohne die Trolley-Funktion. Bei dieser Säge kann man aber diesen Schiebeschlitten auch hinbauen. Es gibt einen Schiebeschlitten, den blende ich euch kurz hier ein, von Metabo direkt. Blende ich den ein. Das sind die Füße, wenn man die Säge zusammenklappt, dann sind das hier so Füße. Bei dieser Säge gibt es wenig Sinn, dass man diesen Schiebeschlitten anbaut. Stellt euch mal vor, hier wäre der Schiebeschlitten montiert. Da kann man hier das Werkstück schieben, an dem Schiebeschlitten. Dann ist es natürlich auch sinnig, dass man dieses Sägeblatt wegklappt vom Werkstück. Angenommen, hier ist das Schiebeschlitten, den müsst ihr euch jetzt vorstellen, den habe ich ja nicht. Dann habt ihr eine Platte, ein Werkstück, das ihr dann hier entlang schiebt, durch diesen Schiebeschlitten. Dann ist es auch logisch, dass dieses Sägeblatt wegklappt. Und auch fast bei jeder Formatkreissäge klappt es Richtung Parallelanschlag. Wurde das jetzt in die linke Richtung klappen und ihr arbeitet hier mit dem Schiebeschlitten, dann ist die Gefahr auch wieder so rum da, dass man hier sich in die Finger schneidet. Deswegen orientiert sich diese Säge an eine Formatkreissäge. Es bleibt eine Baukreissäge, ganz klar, aber mit dem Ansatz zur Formatkreissäge. Man kann hier eine Mini-Formatkreissäge draus machen. Also es bleibt natürlich eine Baukreissäge, keine Frage. Und durch diesen Grund, mit diesem Schiebeschlitten, ist dieser Notausschalter auf der Seite. Angenommen, diese Konstruktion wäre ein bisschen anders, dass hier ein Platz möglich wäre für den Schalter, dann gibt es keinen Sinn mehr, wenn man hier diesen Schiebeschlitten hat. Angenommen, hier wäre eine Platte, die man durchsägen will oder ein Holzstück, dann ist es ja immer schwierig hier zu schalten, wenn der Schiebeschlitten hier montiert ist. Und deswegen ist der Schalter auf der Seite montiert. Übrigens ist das ein 3D gedrucktes Teil. Im Original ist das rote Ding hier weg. Es sind nur die kleinen Knöpfe, die man ganz schlecht trifft. Und das finde ich ist nach wie vor ein kleiner Nachteil dieser Säge. Man muss halt diesen Schalter, diesen Notauss nachrüsten. Ich gar keinen Stress kann man machen, geht total simpel. Aber das ist trotzdem ein Nachteil, dass diese Säge diesen Notauss nicht abwirkt hat. Und nochmal ein Vorteil an der Säge, den ich beim letzten Video nicht angesprochen habe, wo ich dazugelernt habe, den Vorteil kenne ich jetzt erst. Und zwar ist das ein ungemeiner Vorteil. Diese zwei Plättchen sind zum Einstellen quasi für die Neigung. Hier seht ihr den Anschlag, da geht es auf 0 Grad runter unten. Und oben schlägt diese Schraube, die da, schlägt hier an an den Blättchen. Hier kommt man perfekt hin zum Einstellen. Hier oben und auch hier vorne kommt man super hin. Das ist bei anderen Sägen auch ein Problem. Bei der DEWALT ist es ein Riesenproblem. Beim Kanal vom Wiki, Wikiswelt, verlinke ich euch das Video zu der DEWALT. Der kam da kaum hin zu der Einstellschraube. Hier bei der Metabo geht es viel besser. Aber klar, diese Einstellung unten an dem Rad ist nie so 100%ig genau. Dafür nimmt man einfach dann natürlich einen elektronischen Winkelmesser. So ein elektronisches Gerätchen. Das ist magnetisch. Das kann man vorher nullen. Ich versuche jetzt an der Säge 45 Grad einzustellen. Ganz genau. So. 45,3. Das kann man natürlich hier perfekt noch nachjustieren. Und wie ihr seht, auf dem Punkt genau 45 Grad. Man kann die Säge zu 100% einstellen. Mit diesem kleinen Helferchen. Das geht bei jeder Säge natürlich, logischerweise. Aber klar, vorher Nullen nicht vergessen. Das ist echt wichtig. Warum Metabo sich entschieden hat, jetzt diese Spanhauben zu ändern? Das gibt auch eigentlich Sinn. Es gibt neue Vorgaben. Es gibt Normen. DIN-Normen. BG-Vorschriften. Und so weiter. Die besagen eindeutig, dass diese Haube sicherer ist. Warum da keine Absaugung drin ist, weiß ich nicht. Man könnte das trotzdem machen. Aber durch das, dass es neue Vorgaben gibt, neue Auflagen, ist das die aktuelle Version. Jetzt müsst ihr euch vorstellen, ihr arbeitet hier mit der Absaugung. Natürlich ist unten auch eine Absaugung angeschlossen. Natürlich im Idealfall ist hier unten eine Absaugung angeschlossen und hier oben. Dann bräuchtet ihr natürlich ein Y-Verbinderstück. Und somit ist natürlich durch das Y-Stück die Absaugleistung sehr stark geschwächt. Und es saugt im Endeffekt schlechter ab, wie wenn ihr nur unten absaugt. Ihr bräuchtet quasi hier oben eine separate Absaugquelle und hier unten auch. Dann ist das natürlich eine feine Sache hier oben. Aber es macht es natürlich umständlicher. Wer hat zwei Absaugungen an einer einzigen Tischkreissäge? Vielleicht mache ich das, wenn ich diese Säge in meine Werkbank einbaue. Vielleicht aber auch nicht. Wird sich zeigen. Es gibt aber trotzdem einen Nachteil an der Säge. Und das ist dieser Abstand, diese Fugenbreite, diese Nutbreite. Andere Sägen haben eine breitere Nut, eine breitere Führungsnut. Und somit kann man auch Zubehör kaufen, aber nicht bei dieser Säge. Ich habe noch kein Zubehör gefunden, wo da in diese Nut reinpasst. Das ist das Originalteil, der Originalwinkelanschlag heißt es, glaube ich. Aber man kann das halt nicht erweitern, weil es offensichtlich nichts gibt mit diesem Maß. Wenn ihr was kennt für diese Maschine, hier Zubehör, wo in diese Nut reinpasst, dann schreibt es in die Kommentare. Aber vom Nachteil zum Vorteil, dieser Anschlag hier, den kann man perfekt einstellen. Hier sind Einstellmöglichkeiten. Man kann hier alles einstellen, dass das Spiel weniger wird. Ich habe das schon gut eingestellt. Es hat minimal Spiel, aber man kann das noch nachstellen. Das wäre kein Problem. Und auch hier haben wir eine Einrastfunktion. Und das haben ganz wenig Hersteller. Einrastfunktion, einstellbare Führung. Dann aus Alu. Das ist kein Kunststoff, das ist alles Aluminium. Das einzigste Plastikteil ist im Prinzip hier hinten die Anzeige. Das Anzeigestückchen hier unten dran, das da, wo die Anzeige drin ist, wo man ablesen kann. Und der Griff, das ist das einzigste Zeug aus Plastik. Ansonsten ist hier alles aus Alu. Hochwertig verarbeitet. Ich finde das wirklich gut. Das muss man auch mal sehen. Andere Maschinen sind da mit diesem Ding hier im Nachteil. Andere Maschinen in der gleichen Preisklasse oder geringer natürlich. Wir reden natürlich immer noch von einer Baukreissäge, die Leute. Jetzt noch ganz kurz zu dem Thema, wie baut man hier einen Frästisch ein, wenn man das will. Viele von euch kennen das ja. Man will auch einen Frästisch einbauen, damit man hier den gleichen Anschlag verwenden kann. Hier baut man dann noch eine Box hin von mir aus mit einer Absaugung, wo dann der Fräser abgesaugt wird. Hier ist eine Platte drin mit einem Fräser. Eine Platte einzubauen wäre hier kein Problem. Das würde gehen. Das kann man machen. Aber man kann es natürlich noch abstützen, wenn man das in der Werkbank einbauen würde. Natürlich, wenn man das wirklich stationär irgendwo einbaut in die Werkbank, dann geht diese Trolley-Funktion natürlich flöten. Aber nochmal, ihr baut hier eine Platte ein, dann haben wir das Problem bei diesem Tisch, bei dieser Tischkreissäge. Wenn hier das wirklich einbaut ist, dann könnt ihr hier nicht mehr komplett zum Sägeblatt fahren. Also weiter geht es nicht. Das fällt dann raus und dann war es das. Ich habe jetzt die Ersatzteile bestellt. Das sind die Führungsschienen von dieser Seite. Die will ich dann in einem Projekt hier einbauen. Dann komme ich nämlich mit dem Parallelanschlag über dieses Level rüber und kann sogar den Parallelanschlag komplett auf die andere Seite schieben. Die zweite Schiene wird hier hinten eingebaut. Dann kann ich den Parallelanschlag, wie gesagt, komplett nach links schieben. Natürlich ist es dann wieder eine Fummelei und man muss was basteln und so weiter. Aber das ist ja unser Hobby, würde ich sagen. Ich freue mich auf das Projekt, wenn ich dann hier die Schienenerweiterung einbaue und so weiter. Hier drüben der Frästisch. Das wird auf jeden Fall interessant und spannend. Das ist wirklich auf jeden Fall ein gutes Projektthema, hier diese Tischkreissäge noch in meine Werkstatt zu integrieren. Vor allem, wenn man beachtet, wie weit hier der Abstand ist, wie weit man hier rüberkommt. Wir haben hier 64 Zentimeter. Genauso hier haben wir 8,7, 8,8 Zentimeter. Das ist auch sehr gut in dieser Höhe, was man hier sägen kann. Also ich habe die Säge ja selber bezahlt und selber gekauft. Das ist meine Säge, die habe ich gekauft, die habe ich nicht gesponsert gekriegt oder irgendwas. Ich zeige euch nochmal einen Vorteil. Hier kann man Sägeblätter verstauen und hier ist der Schlüssel gleich versteckt. Super. Und mit diesem runden Ding hier kann man die Einlegeplatte eröffnen. Und auch diese Einlegeplatte ist aus Alu. Ja, viele Sägen haben hier ein Kunststoffteil verbaut. Alu. Super Qualität. Dann zur Veranschaulichung. Hier haben wir den Spaltteil. Ihr müsst nur diesen Hebel hochziehen, dann kann man den Spaltteil erhöhen. Das bietet natürlich dann noch mehr Höhe inklusive Spanhaube. Wenn ihr das nicht könntet, dann hättet ihr nicht diese Höhe vom Sägeblatt in voller Verfügung. Deswegen kann man das nach oben stellen. Und bei ganz vielen Sägen haben wir das Problem, der Spaltteil ist öfters mal über dem Sägeblatt. Und man kann es öfters auch nicht niedriger stellen. Dann könnt ihr keine verdeckten Schnitte machen. Hier mit einem Handgriff ist das erledigt. Ohne Werkzeug. Ein kleiner Tipp von mir. Hier diese Auflagepunkte, die sind sehr scharfkantig. Wenn ihr hier drinnen rumfummelt, dann kann man hier sich ruckzuck an diesen Kanten die Finger aufkratzen. Da könnte man mal sagen, man geht mit einer Eisenfeile drüber und tut diese Grate entfernen. Beim Sägeblattwechsel ist hier hinten ein kleiner Hebel. Den zieht man hoch. Und dann Linksgewinde öffnen. So easy wechselt man das Sägeblatt. Seht ihr den Spalt? Ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Es ist schwierig da reinzufilmen. Jetzt erkennt ihr den Spalt. Hier unten ist ein Spalt. Dieser Spalt ist ab Werk ganz schmal oder sogar gar nicht drin. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Das bedeutet, wenn ihr die Säge das erste Mal benutzt, fliegen Kunststoffwetzen durch die Gegend. Das kommt daher, wenn man natürlich hier diese Fuge erstmal aufschneidet. Das ist quasi der Spanabscheider oder wie es sich nennt. Dass die Späne halt zur Absaugung runtergeleitet werden. Und dann schneidet man hier in perfekter Breite vom Sägeblatt eine Fuge rein. Beim Einbauen immer darauf achten, dass die Sägeblattrichtung stimmt. Die Zähne nach vorne. Ganz wichtig. Dann sucht man den Einraschpunkt wieder. Und spannt das Ding fest. Nur nicht zu fest. Fertig. Topsach. An den Ecken übrigens sind die Schrauben für die Einstellung, für die Höheneinstellung der Platte. Das bedeutet, dass ihr hier plan seid. Da kommt man auch ganz leicht von oben mit einem Kreuzschraubenzieher rein. Muss man nicht lang rum machen. Und dann einfach die Höhen anpassen. Das ist total simpel zum Einstellen des Dinges. Jetzt habe ich euch kurz die Vorteile und auch ein paar Nachteile gezeigt von der Säge. Und wie gesagt, das ist kein Sponsoring oder so. Ich bekomme hier kein Geld für das Zeigen von der Säge. Ich habe die auch selber gekauft. Ich wollte euch nur mal kurz noch mal zeigen, dass dieses Video, das ich vor acht Monaten gedreht habe, komplett irrsinnig war. Total aus Unerfahrenheit. Die Säge hat seine Daseinsberechtigung. Und die Säge hat Möglichkeiten, die andere Sägen halt nicht haben. Gerade das mit diesen Schiebeschlitten. Vielleicht kaufe ich den sogar noch. Ich weiß es nicht. Mal schauen. Ja, das alte Video habe ich natürlich offline gestellt, weil es kann sein, dass Metabo das als marktschädigend wahrnimmt. Deswegen habe ich das gelöscht, weil es ist ja nicht wirklich sinnig, was ich da gesagt habe bei dem vorigen Video. Also, wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, dann könnt euch das und das auch interessieren. Ich verlinke euch hier zwei Videos und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Also lasst ein Abo da, Daumen nach oben. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.